Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Part Let's play Counter-Strike Globale Globale Offensive Mit dabei sind wieder Max und Basti Und ich natürlich diesmal nehme ich auf Weil Basti das nicht geschissen bekommt NEIN ich krieg nicht geschissen Das ist mein Ready Ja jetzt jetzt ist schon vorbei Ja komm dann an Toll Nein Oh Oh Basti hat einfach Oh jawoll Ja vorbildlich ne ich hab als neuntes angenommen Als neuntes? Oh du bist ein S okay Ok ihr wisstet alle Basti jetzt ein S weil er als neuntes angenommen hat Halt die Fresse Pfff Was sind wir denn heute so aggressiv ey Mann Ich schluss mal Warum sagen wir du spielst jetzt mal ordentlich Wenn du jetzt ne gute Runde hinlegst dann rechtfertigt das dein Verhalten Aber sonst nicht Versprechen sag ich so Oh da kam ne Heil Ok ok wir müssen laufen Die nice Bots Bam 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 Halt einfach alle Bots weg Ne einen Bot und einen Player Ja komm mit deiner Arbe Komm mit deiner Arbe Bist du im Tod mit deiner Arbe Pfff Pfff Wo war denn der? Alter der hat mir 444 Grad in einem Treffer gegeben Oha Klamm Oh ich hab grad den Bot gekillt Der nicht gekillt hat Oh ich hab grad den Bot gekillt Mh Warte mal Wir fahren was Oh Oh Bevor wir das machen können wir mal gucken Steam Profil aus welchem Land kommen denn unsere Freunde Ok der Swag Der Swag kommt aus Russland So mit deinem nachgucken aus welchem Land Und diese Person hat noch kein Profil in der Steam Community eingerichtet und kann trotzdem Steam spielen äh Counter-Strike spielen wow Respekt DödödödödödödödödödödödödödödödÄ Wuhuhuu Jetzt wieder die Fetzen Fliegen bei Anton Ich geh auf Dildoo B die die große New York ist Dildoo Bei Dich am Arsch Die Dildo gibt's auf Inferno Die komische Stange da bei A Dildo gibt es auch bei den Juch. Nein. Doch. Das ist dein Spot. Warte, einen hole ich noch! BAM! Nein, noch geholt, ihr WTF! Da hat der Dädenast geholt. Der konnte noch schießen, Alter. So, Diffusor. Sei kein Loser, der hofft Gefusor. Sei kein Loser, der hofft Gefusor. Sagt dir Anton gerade. Ey, du hast immer wieder diese verfickte Maske, ne? Du hast auch dieselbe Maske auf und Max auch. Ne, Max nicht. Ne, Max hat seine Schweinemaske. Anton hat sich immer, wo wir normal gespielt haben, immer so umgedreht und hat uns ermutigt, wie gut wir spielen sollen. Das fand ich richtig cool. Guck mal, ich stehe jetzt auf dem Anton, das ist Double Team Power. Loll, guck mal! Ey, Loll, wo schattest du denn drauf auf B? Ich geh mal auf B. Meinst du, dass die B gehen? Nicht A. B ist nichts, B ist nichts, B ist nichts, B ist nichts, B ist nichts. Ich merke, ob ich jetzt Heaven gehe, aber das ist irgendwie eine dumme Idee. Ich glaube, ich habe Schacht gehört gerade. Ich auch. Bei A. Ich versuche bei Doors. Ja, auf A, auf A, auf A, auf A. Hab einen. Ich habe Vans kaputt gemacht. Oh shit, oh shit, von wo, von wo Heaven? Heaven! Einer Heaven, einer On-Spot. Einer Heaven. Das war scheiße, als ich gerusht bin ey, richtig gänglich. Und einer ist glaube ich gängig. Ja, komm mal hier, wer ist wieder Team Erster? Ha? Ha? Bitches? Ich habe einen Kill gemacht ey. Das ist traurig. Ja, Nagelpistole, gib ihm. Der Fusor und los. Heute sind wir nicht mehr Knack. Ja, komm. Das war jetzt eine Runde, Mann. Nuuu, don't shit on it. So, ich muss jetzt konzentrieren. Mit der Dual Berettas auf gegen Heaven machen wir da kaum was. So, konzentrieren. Sorry, ich höre das gepuste. Konzentrieren. Boa, warum pumpt mein Herz denn so? Ich verstehe das gar nicht. Was ist denn? Wenn du wieder die Luftpumpe spielst. Radio frei, Radio frei. Anton, dreh dich um, ich glaub ich komme außen. Radio frei? Oh Gott! Ist dein Radio so schnell durch? Ha? Einer ist Radio. Ist jetzt outside. Kommt wieder rein, kommt wieder rein. Ist jetzt außen, ist jetzt außen. Einer, 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 Einer. Einer kommt die Radio direkt rein. Zwei sind im Himmel. Zwei sind im Himmel. Max. Ja, ich bin schon tot. Hilf mir überhaupt nichts. Nice. Ja, ich schieß deine Kollegen an, Zweck. Nice one. King of the hill. Geht auf B. Geht auf B. To heaven. To heaven, eh. Garage. Einer aus Garage. Wuhu. Heaven, heaven. Guck nach oben. Kann nicht wahr sein. Immer rum. Den hab ich im Augenwinkel da oben rumgammeln sehen bei ihm, ey. Der guckt da nicht hin, man. Guck mal, die wollen Semi-Solid-Rope rausschmeißen. Vielleicht sollten wir auch mal jemanden mit dem Solid im Namen rausschmeißen. Ich kann mich auch ummenennen. Ich kann mich auch ummenennen, hör. Nein. Was dann? Nicht wieder den Dingsnamen. Geht auf B. B-Boom. Weit. Go, go, go. Oh ne, nicht jetzt. Nicht jetzt legen. Fuck. 70. 71. Okay, geht noch. Oh, Basti. Basti kriegt ne... Ey, ich hab ne 100er Ping. Ja. Warum hab ich ne 104er Ping, alter? 105er. What the fuck? Was hat der für ne Waffe? Meine geht auch gleich 100. Scheiße. Egal. Konzentriert euch meine. Rush, 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 rush. In B. Nee, nix B. Am A. B. Die Radio rein. Sieht frei aus. Warum hab ich ne 105er Ping? Anton hat ne 115er Ping. 120. Scheiße, der flieh. Alter, nee, jetzt gehts wieder runter. Jetzt gehts wieder runter. Dig in B. A ist komplett frei. Ich würd mal auf B tippen. Oh, shit. Garage. Was hat der für ne Waffe? Oh, shit. Wo, 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 wo. Alter, was hat der Typ da grad auf mich geschossen, ey. Deswegen hab ich zurück. Was cappen wir eigentlich alle hier? Was soll denn das jetzt? Ja, alle B. Boah, war ich schlecht. Max, da ist noch einer. Einer ist noch. Lass ihn mal. Ah, Max, 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 da. Einer ist, äh, ja. Der hatte auch. Der hatte auch. Der hatte Bastis Nagelpistole. Hm. Na 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 na. Es läuft, da la 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 la. Warum? Komm hier, M4, los. Ich geh heaven. Ich geh mit heaven. Obwohl, nee, ich geh, ich geh, äh, Rampe. Ich geh auch mit nach da. Die waren die ganze Zeit jetzt immer wieder, entweder waren sie direkt auf A oder sie sind direkt nach unten hier. Ja, so Rampe gehen sofort gar nicht. Ich war, A kann ja Basti jetzt überwachen. Ja, ich bleib mal hier so. Na, M4, da gehen wir mal ein bisschen weiter nach hinten. Kann man uns ja leisten. Mach hier heaven. Sieht frei aus, Anton. Oh, an der jetzt. Bei B war einer, glaube ich. Bei A, ja. Bleib mal B. Oh, fuck. Alter, die sind A, die haben A geplantet, ne? A. Ja. Über Radio ran. Einen hatte ich ja, der andere. Wo waren... Einen hab ich down bei Pommes. Hier rein. Über Door. Einer hellen mindestens. Alles, los, jaja. Alle tot, wo sind die Bombe? Ich krieg für's mal nicht, ich hab keinen. Alter! Ich hab nur 7. Was ist das denn für Idiot? Warte, die war doch gut. Ach so, das warst du. Sorry. Sonst. Ich hab, wer soll denn deine Nenks umhoffen haben? Wir waren da noch zu dritt. Denkst du, Anton hört auf mit den Füßen um die scheiß Granate dahin zu werfen? Na klar. Was, wollen wir mal direkt den Ramp runtergehen und den Zivil mal campen? Nicht alle, ich würd nicht anders sagen. Also ich bleib wieder helfen. Anton, du bleibst oben, ich geh mal runter direkt. Obwohl runter ist, scheiße, da bin ich so unflexibel. Quatsch, sobald die, sobald die Winno kommen bei EB ist ja. Ich smoke mal. Naja, aber guck mal, wenn sie dann bei A sind, muss ich mega weit rennen. Obwohl ich kenn die auch einfach. Einfach durch Schacht. Okay, einer ist outside. Max, du gehst jetzt nicht durch die Rauch. Du gehst jetzt nicht durch die Rauch, Max. Nein. Durch die Rauch? Ja, ich mein durch die Rauch, ne. Einer, äh, einen outside. Da ist noch ein anderer. Einer ist oben, einer ist oben. Oh! Die sind bei, bei Radio oben links. Wenn du, also ich weiß nicht, wie man das nennt. Scheiße! Was die bei, bei Radio sind die? Links, 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 links. Die sind jetzt rechts raus. Max, rechts raus. Da, genau. Max, einer kommt mit der A. Sehr schön. Warte, warte. Der kommt bei, äh, bei dieser Gruppe. Ist ein Bot. Ist ein Bot, aber der wird gespielt. Ja, aber der wird gespielt. Wo? Der hat eine A. Na, wo denn? Da, äh, A. Oh, hat der? Sneak! Sssst! Maul halten. Sehr nice. Da, 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 da! Das Weck hat mich übrigens grad zu, zu meiner, zu deiner Freundschaftssystem zugefügt, ne? Warum noch denn? Weiß ich nicht, wahrscheinlich weil er meine Atomic Alloy gesehen hat. Ja. Mit Basti ja meistens auch so. Ja, mit meiner StarTruck Chameleon, Alter. Oh, Basti, 135. Weißt du, wie krass der angefangen hat? Mit meiner StarTruck Chameleon. Guck einfach mal. 136er Ping, ja. Guck mal, jetzt nimmt Anton auf, jetzt ist Anton scheiße. Diesmal nehme ich auch. Guck mal, ob ich, ob ich das, ob ich auch dieses Klischee erfülle. Siehst du was? Nein, siehst du was? Nichts. Ich glaub, die gehen B. Ich hör, warte, ich hör, warte. Komm, warte. Die gehen locker B oder so. Outside. Outside einer? Okay. Ist nix, hier ist nix, ist nix, ist nix, frei. Garage, 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 Garage. Hab den einmal outside. Aber ich glaub, der eine, der war noch, äh, Dings, äh, warte, der ist in dieser Halle. Meine, 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 meine Kackmaus, meine, meine Maus fehlt. Zack hat kurz geleckt. Meine Maus ist aus! Warum? Hörg auf! Die scheiß Batterie, die jetzt schon wieder leer ist. Wo sind die da, bei diesen outside? Fünf Minuten fix spielen, ey. Hinter dir, hinter dir! Haken! Ach, vielen Dank. Alter, Fader, ey. Leck mich nochmal. Im Glück bin ich Heaven, ne? Oder was? Okay, wir bleiben bei der Bombe. Wo war der denn? Der ist auf Garage, der ist auf Garage. Auf? Wo ist Garage? Achso. Wenn man bei A reinkommt. Der hat ne Awe, also scheiß drauf. Wenn man bei A reinkommt. Ja genau! Mann, dann leckt es. Ist doch scheiße. Der hat die Bombe gepfickt, sehr schön. Hab den Flicken hier, will der ne Awe? Nimm die Awe, nimm ich, 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 nimm, 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 nimm. Ah, komm, ist gut. Alter, ob ich die 200 Kills jetzt noch schaffe? Sehr schön, danke. Oh, immer wieder die M4. Ich hab 197 Kills. Passt schon. Du hast 197 Kills, was? Auf der, auf der Star Trek. Ach so. Auf der Star Trek. Star Trek, ja. Du siehst die Fliege schon gar nicht mehr, Alter. Voll nice. Ich geh heaven outside. Welche Fliege? Warum? Da war ne Fliege, die der Kamele an der Trassen hat. Die sieht man gar nicht mehr. Und warum? Weil, ist abgenutzt oder einfach nur... Nein, weil da das Star Trek drauf ist. Oh, oh, ich hör was, ich hör was, ich hör was. Ne, so eh nicht. Man hat die auch mal gesehen. Pssst, outside mindestens einer. Radio, auf jeden Fall watt. Die Bombe ist bei Radio. Die Bombe ist bei Radio. Jedenfalls, der überhaupt ein Träger ist bei Radio. Da wird wohl auch die Bombe da sein. Warte, ich mach... Ich mach Wins kaputt. Ich sagte was von Radio. Die Bombe ist bei Radio. Oh shit! Zwei Leute, zwei Leute gehen jetzt gleich runter. Gehen jetzt gleich runter. Ne, sind jetzt bei der Halle. Drei. Drei bei Radio. Was ist in der Halle? Ach so. Ja, in dieser Vorhalle zu Dings. Drei. Bei Radio. Die letzten drei, ne? Pssst, Riat Rams, 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 Rams. Oh Gott. Shit, man. Haha, wie er da durchguckt. Weißt du, du hast den sogar noch gekillt. Ich weiß. Ich alleine, oder? Quatsch, Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Quatsch, Quatsch. Nein. Lass dich verstecken. Lass dich verstecken müssen, glaub ich. Ich hätt mal doch Heaven bleiben sollen, ey. Ich hab den noch mit der Ava geholt, voll geil, Alter. Ich hab nicht gesehen, dass du drauf warst, aber okay. Ich glaub, das hast du selber auch nicht gesehen, oder? Na, eigentlich nicht. Ich hab mich nur voll gewundert, dass ich dich gekriegt habe. Ich gebe den Heaven, ne? Oh nein, mein HM 4 nutzt sich ab, scheiße. Come on, come on, chop chop. Ja, die nutzt sich nicht ab, Alter. Im Arsch. Glaub, die nutzen sich ja wirklich nicht ab. Machen sie. Glaub ich auch nicht. Nein. Im Arsch nutzen die sich ab. Dann hast du ja irgendwann gar kein Skin mehr drauf. Ja, nein. Gar, gar kein Skin geht nicht. Also dann halt nur noch der schlechteste Zustand. Deswegen verkauft man ja Skins auch, bevor man sie benutzt. Warte, da ist einer. Außer du hast schon einen abgenutzten Skin. Ach, das war dir ein Wort, Mann. Den kriegst du für viel Geld. Einer ist noch außen, einer ist noch außen. Radio, glaub ich. Oh, fuck, 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 fuck. Sag was. Ich seh ihn nicht, ich seh ihn nicht. Der ist irgendwo, glaub ich, hinten bei Sequel. Ich hab einen gekillt, weil der... Mann, von wo denn? Wo schießt der mich denn an? Ach, da, aus der Halle. Ja, genau. Der ist in der Halle. Zwei sind in der Halle. Bombe ist in der Halle. Hallo, okay. Die gucken auf Heaven Outside. Genau da, einer ist noch, einer ist noch da drin. Ja, warte, ich muss jetzt mal nachladen, du. Pass auf die Bombe, die Bombe müsste da liegen. Guck mal auf die... Ja, da liegt die Bombe. Perfekt. Welche Halle? Die Harz Halle? Ja, Outside Halle. Ja, Outside Halle. Die Harz Halle, okay. Ja. Bleib doch da! Oh shit, da hab ich mich verraten. Max, guck doch auch. Max, guck doch auch. Einfach auf die Bombe. Guck einfach auf die Bombe. Hä? Ach, da ist noch... Okay, der letzte ist da drin. Ja, ja, der letzte ist in der Halle drin. Ich überleg ja, ob ich reingehe. Ne, ne, lass lass, 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 lass. Was? Du, du passt auch. Kann der von da? Nee, ne? Ich pass schon. Nein, kann er nicht. Sehr schön. Jetzt läuft auch wieder ein bisschen. Bisschen besser jeden. Ach, komm ich nicht mit Luftpumpe. Ja, ein bisschen besser. Ich geh Heaven mit Luftpumpe. 199 Kids, wollt ihr mich verarschen? Ja, warte. Ich lege nicht 200! Warte. Lass doch jetzt die Waffen weg. Und spar dir den 200en Kill für den letzten Kill des Matches auch. Was hältst du davon? Das ist aber nicht hundertprozentig, dass er den gekriegt. Ja, aber das muss er jetzt tun. Boah, Max, das war knapp. Das war knapp. Muss ich's wirklich machen? Nein. Das wär geil. Aber lass mal. Nee, ich... Wir wollen ja hier auf Sieg spielen. Ja. Ja. Siehst was? Nee. Nee. Nichts. Rush, 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 rush. Rush, 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 rush. Rush, rush, rush. Rush, rush. Radio frei. Stimmt an deren spawnen noch. Ich guck mal auf Dach. Ja, einer ist Außen. Der kommt jetzt zu... Einer ist Dach, einer ist Dach, einer ist Dach, einer ist Dach. Bullshit, alter. Was macht der denn da oben von uns? Das war ich. Oh Gott, wie schlecht. Ich hatte keine Moni mehr. Boah, du bist so ein... Dann hätte ich wenigstens früher versucht zu messern, mann. Ja hab ich ja, dann kam ich nur vor ihm gelaufen so dämlich War das schlecht ey, war das schlecht, mann Das war richtig scheiße, Karl von dem, weißt du? Mann, mach doch mal viel, aber scheit, ey Ich bin die Leiter hochgegangen, hab ihn ja auch erst dann gesehen Fuck, ich muss, ach schau, ich hätte ne Echo machen sollen Am Arsch, warum ne Echo? Ich hab 100 Dollar, wow, ne? 100 Dollar, 100 Dollar, 100 Dollar, 100 Dollar Ja, ich hab 6450, ja, wollte ich mir jede Runde nennen, 4 kaufen, wenn ich muss Ich kann mir jede Runde nennen, oh, okay Warte, ich geh, äh, jetzt nicht mehr oben links Da oben ist doch auch so ein Gang, kann man da nicht lang, okay? Nein, da kann man, nein, 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 da geht's nicht lang Wie da oben, oh, oh, oh Wombe down Die kommen rein, die kommen rein Wo denn? Warte, weg, 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 weg Radio, oh mein Gott, es leckt waaaah Warte, wa... Ja, genau der- der sitzt oben, der sitzt oben Der sitzt oben der sitzt oben Auf Dach Der guckt genau auf den- der guckt genau auf Eingang Haah, Max Sehr schön Pass auf, der ist jetzt erreicht wenn du kommst Ja, sehr gut Forbes Sehr schön Gucker, da hat er einen Chameleon Papapapap. Ich kann nicht schießen. Das ist keine Money mehr. Ja, 200 Kehrzeug jetzt. Ja, 201. Ich hab ne Brandgranate von Basti. Jawohl. Komm, gib sie mir wieder mal. Basti, warum ist deine Ping so ultimativ hoch? Ultimativ hoch. Aber ich hab gar keine Lex. Das ist ja auch nur das, äh, umfassbar. Ja, du wirst wahrscheinlich nicht. Lex kommen bei dir durchs Aufnehmen wahrscheinlich. Ja. Wer schießt da? Oh, die war geil. Oh, hast du gesehen? Wahrscheinlich, weil ich, äh, vorher noch aufgenommen hab, aber mein Spiel nicht neu gestartet hab. Ja, ja, klar war's die. Oh, shit! Die war richtig nice, Max. Die Bombe liegt hier übrigens, ne? Also lass mal ein bisschen campen. Einer muss mal auf hinten aufpassen. Ja, ja, ich guck, ich guck auch. Was ist dat für ein Hor... Alter, was sind dat für Spiele? Warum gehen die da rein? Wenn die Bombe hier liegt, weißt du? Einer war da. Der ist da, um sie zu bekämpfen. Ja, da haben sie... Ist schon und gut, dass er jetzt da was abräumt. Aber trotzdem ist das einfach jetzt... Ist nur noch der Bot. Der ist auch da drin. Der ist da drin. Der wird gespielt, ganz bestimmt. Warte, ich schwimme den. So, wie langsam die Leiche da grad umgefallen ist. Was liegt? Also steh ich dir im Weg? Ne, ne, ist aber... Oh, von da oben! Fuck, der, der geht jetzt, äh, der ist unten. Jetzt geht er auf diese Leiter. Anton, weißt du wo ich mein? Meinst du mein Radio? Der ist, der ist durch! Der kommt, der kommt! Gib ihm, gib ihm, gib ihm! Rechts, rechts, rechts! Nicht ehrlich! Nicht ehrlich! Wie es leckt! Das gibt es nicht! Wie es leckt! Warum leckt das bei euch denn immer, wenn ihr... Das liegt voll am Aufnehmen! Jetzt geht's aber! Der ist kaum verträgt, äh, Aufnehmen nicht! Jetzt geht's aber! Äh, PCs vertragen das nicht! Oh, what fuck! Ich bin zu mies! Max musst du mal machen, nächste Runde! Ja, mach ich danach auch! Mach's bei dir auch, äh, auch so! Ja, gut! Nächste Folge gibt's aus meiner Sicht, liebe Zuschauer! Habe ich zwar provoziert gerade, aber... Guck mal, vielleicht kann ich den Fluch das aufnehmen, dann brechen! Warte! Äh, was war das?! Max, das war... Ich messer immer da in die Luft und ich war vorne, dann springt der mir da rein ins Messer! Leute, ja, auf, um! Steckt im Nebel! Seidest du im Messer! Durchgerammt! Durchgerammt! Äh, so, irgendwas gerammt! Durch... Durch'n Rücken durchgerammt! Diesmal bin ich nicht happy, Leute, ne? Unpidig! Au! Ja, tut mir leid, weißt du! Läuft schon wieder vor mir, Mann! Ich halte euch nur ruhig! Was? Gehört! Ja, hab ich auch gehört! Oh, es ist nicht spät! Hinten, 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 hinten! Mann, geh doch mal weg, laufe! Affenpenis! Wo ist denn von hinten? Ich glaube, oben auf dem Dach, weil der gerade ein Fragezeichen auf der Map war. Bei A, ne? Bei B unten. Die haben ne A. Einer ist unter euch! Unter euch! Einer kam so aus gerade! Basti, unter dir! Ist down, ist down! Nein, ist nicht down! Der ist neben dir! Der ist neben dir gelaufen! Was? Nicht die... Nein! Ist mein App hier! Ja! Es... Es lebt keiner mehr! Basti, wenn du jetzt irgendjemanden getötet hättest! Ich bin grad mit nem Messer nah an ihn herangelaufen! Ich sag mal, deine Flucht ist aufnehmen, ne? Alter, ich hab ne 140er Ping! Warte! 143! 145! Oh, Alter, wie deine Ping abspackt! Alter, Junge! Warte! Warte! 151! 151! Ich verstehe nicht! Ich verstehe nicht! Die Netzteile aus der Steckdose könnte helfen! Ja, stimmt! Die zocken gerade! Und machen gerade wie ein Schlag zu gehen! Ja, dann sag dem mal, die Sommer auf, als zu zocken, wenn du zocken willst! Du bist... Da, so lang es nicht richtig leckt! Also, so lang... Die gehen wieder B! Was? Die gehen wieder B! Nein, einer aus Äh, einer aus! Stimmt Dach! Nicht Dach! Der hatte... Der Sitz hier rechts! Die sind Secret! 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 Da, da sind... Da sind... Die gehen Secret! Ja, und einer ist nur außen halt! Hat noch 32 Leiten! Ich bin wohl schaff'n! Einer war... Bombes Down! Bombes Down! Also, wenn du Secret schon unten bist! Bei Wenz hinten! Einer von uns kommt jetzt! Ich schießen! Bombes down! Bei Secret! nur noch zwei, ich hab acht life, scheiße ich bin am cut walk ja, ist okay, jetzt zieh dich zurück secret kommt jetzt einer rein mit der AK hey, secret ist schon einer von unsern willst du mich verarschen? äh, rampe, rampe, rampe max, der letzte ist rampe da ist er ja, sehr schön max hat wenigstens aim äh, dieser eine Typ von uns der kam schon ins Grunde und hat 30 Meter vorbeigeschossen, Alter nein, aber hast du den Typen gesehen? da ist der Gegner einfach dran vorbeigelaufen, Mann ja, und der hat ihn nicht in den Rücken geschossen der hat 30 Meter vorbeigeschossen oh, Basti mega am Rage ne, das war mir ernst, ne der hat ne OG, warum, wie sieht der nicht an und dann, denn Sprayt auch noch so der macht nicht, äh, irgendwie so ein bisschen ein Einzelschuss, das auch trifft NIE, das Sprayt, Alter Anton ist auch Heaven gegangen ja, ich hab ne OG ne AUG ich hab was im Auge, ah entweder höre ich jetzt dich, oder die sind Radio ich glaub, ich höre dich einfach Bombe da in Garage Nein Garage Nein Garage Einigen wir uns auf Garage, okay Pommes, Pommes, Pommes Basti, guck auf Pommes, ja Ja, ich guck Pommes OH SHIT Alle drei bei Radio, bei diesem Radio, oh einer ist oben drauf, einer ist oben drauf auf diesem Ding Ja, die müssen ja die Bombe holen Okay, einer ist jetzt noch bei der Tür Einer ist noch bei der Tür Aber, in dem Raum weit hinten bei der Tür Warte, das passt die Wir gucken, wir nehmen mal die Wir nehmen mal die Wow, war das gut Oh, die ist spannend gerade So, Bon, Flötchens Also, was war das jetzt, warum ne AWP Hä? Wer? Der Zweck hat mir gerade eine AWP Ja, das war deine, lass ihn gerne liegen Oh, meine Ping Ja, aber warum? Meine Ping, meine Ping, meine Ping Okay, geht wieder runter, sehr schön Ey, ja, ich hab dir wieder was ein bisschen abgegeben, ne Und jetzt geht sie wieder auf mein Konto Du musst mal genau hingucken, ne Wenn deine runter geht, geht meine oben Ja, meine schwankt zwischen 31 und 32 Das ist schon bei mir sehr krass Was, hier guckst du wieder Pommes? Es kann aber auch am Host liegen, ne Gibt hier keinen Host Doch, doch, doch Ich bin der Host der Mini-Gruppe, aber das ist so hart von Banane, weil wir auf dem Server spielen Ja, auf jeden Fall was bei Radio laufen Ja, Radio oben, 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 Radio Mit der Schottgang Mit der XM, mit der XM Max oben Sehr schön Mach mal Vend frei Basti, Vend frei Rechter Vend, schieß mal Warte, 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 der letzte Sequel Ihr seid zu dritt Der letzte Sequel, also keine Ahnung Ich hab nur die Bombe auf der Map gesehen Sicher! Man läuft, Junge Hast du das gesehen, Anton? Ja, das ist aber eine Gruppe, ne Die sind alle eine Gruppe Das ist scheiße Ja und Wir führen 9-6, man Guck dir an Wegen die Gruppe Los wir uns Ich glaub, wir spielen wieder in alten Zeiten mit der Giegel Ich glaub, ich geh outside Ich geh outside Mit der Pistole, willst du mich verarschen? Ich geh auch outside Ich geh aber hier aufs Dach Was, ihr pushen mich bitte? Wie pushen? Also komm mal mit aufs Dach kurz Ach so, dass du da hoch springen kannst, ja? Aufs Silo, ja, ja, ich will aufs Silo Das war in der ersten Runde eigentlich dämlich, aber Wie kommt man denn da aufs Silo? Ich hab das noch nie gesagt So warte, du kniest dich jetzt mal hier hin Hier so Hinknien, ja Warte Haben wir gleich Egal, scheiß was Warte, kannst du das mal machen? Auf mich rauf springen und dann da rauf Das reicht eigentlich, wenn einer oben ist Wir haben übrigens grad den Bot bei der Tür weggemacht Nein, hab ich auch noch nie geschafft Das reicht Einer ist Radio Einer ist Radio Okay, 2000 Klettert jetzt hoch, klettert hoch aufs Dach Dach Aufs Dach Aufs Dach Oh, der, 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 der Basti hat was getroffen Ich bin auf Silo, ja, der ist obendrauf Basti, hattest du nicht diese komische, äh diesen Skin, Crimson Web Ne, den hat Anton Ach so Ist Anton da? Tag, nein, Isaac Anton, sneak mal, sneak mal Der ist schon hoch, ne Soll ich grad wo was sein können Heaven ist frei, das ist einer von dir, das ist einer von dir, der grad rauf gelaufen ist Diesel Out Links um die Ecke, oben Ach stimmt, nicht nicht Oben, was stimmt, oben Heaven, ja Ja, wahrscheinlich Heaven Ja, ja, hinten in der Ecke, Heaven Guck, guck nach da Ja Die letzten beiden sind da Oh, das ist ne Köder Eure Bombe geht übrigens grad zu B Gehen wir mal mit Links bei dir Ja genau Achso, das war, oh Scheiße Basti, Bombe ist bei B, ne Du hast 15 Sekunden Bei B Ja, bei B Du hast 10 Sekunden Entweder 2 zu killen, oder die Bombe zu holen Der Bombe holen bringt nix, du musst sie immer noch legen Ja und? In 16 Sekunden kann man das locker schaffen Ja, wenn dann noch die 2 Leute sind LOL Die haben sich grad Hä? LOL Wo waren was die gerade? Ich bin mir an Aromen gebackt Oh, ich hab mich auch grad gefracht Ich bin mir an Aromen gebackt, Alter, was war denn das? Ich geh nicht mit der Ager Nehmen wir den Dun 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 Das ist auch nice wie André seinen Zecken in einem Arsch steckt, äh, so halb so What? Wo gehen wir hin? Ich geh in Uch, aber wo? Rampe ist ja, ist ja für T ist eigentlich mega beschissen Schafft man es eigentlich, dass alle Silo können? Nein Rampe ist nichts, Rampe ist nichts Meinst du? Na, wie soll denn der letzte auf Silo kommen, Basti? Komm, es kommt zu Gibt's von einer Variante ohne Partner raufzukommen, aber die ist nicht so einfach Boah, jetzt gehen noch nicht 3 Leute 2 Leute Leute! Der eine hat's geschafft Alter, der wollte mich messern Was die 2 Leute Silo ist, so unluckativ Der hat mir 35 damage gelandet, Anton, hinter uns Der hat mir 35 damage gelandet, Anton, hinter uns Hinter uns? Ich glaub, der eine kommt hier ab, oder? Wie? Ja, am Arsch! Ich geh nicht sterben, nein Ich geb dir ein paar Star Trek Kills, Max Ja, das hilft ganz bestimmt Ja, das hilft ganz bestimmt Oh, Basti Oh, guck mal, was hat der denn für'n Geist, ne? Oh, da war ich, ne? Jetzt hat mal den Knife, komm, Knife Michael Fick dich! Anton, du bist so ein Wichtig Ja genau, 56 Schaden Bombe bei B, bom, bom, bombe Oh mein Gott, was macht der denn? Okay Hallo, da sehe ich mir nur noch 2, nice Wow Da war aber wirklich einer Sehr schön Guck mal an, meine Gazi 16 Kills sind da schon drauf Ich war mal ganz knapp vor an Kami, äh Guckt euch dat geile Ding an, Alter Guckt euch dat geile Ding an, hier, Max Guck mal, guck euch dat geile Ding an, hier, Max Guck euch dat geile Ding an, hier, Max Oh, du hast so'n fettes Ding, oh, geil Guck dir dat geile Ding an, ne? Oh, hast du'n geile Oh, guck mir dein geiles Teil Oh, fett Steck dir doch die Arbe in den Arsch und dann pust richtig durch, ey Ich hab aber keine Arbe Der Teil, wie lange dat, na? Das halt immer noch The fuck, ja What the fuck Okay, was, der hat der Mikro geschrottet Was? Also ich hab mich gerade eher gefragt, ob er den Hals selber macht Was, nein Is, is im Arsch? Nein, wie lange das aber nachgehalten Ja, das hat voll lange nachgehalten B frei, B komplett frei, wir gehen Rampenbust Outside, outside, outside Radio, 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 Radio 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 Max, Radio Ich hab'n gesehen, ich hab'n gesehen, Anton Soll ich runtergehen? Ja Geh, 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 geh Geh da her, Mann, geh da her Was passt du denn? Was passt du? Wo haben die alle meine Waffe? Wo haben die alle meine Waffe? Geh leise, Anton Geh runter, ne? Ja, dann sneak wenigstens Bitte Links, links, links Links, links Ah, Radio, Ramp Dann gucken, dann gucken Sehr schön Sehr schön Schick Geh, geh über Secret zu B, geh Geh über Secret zu B, bitte Ne, 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 mach'n Entsch... Entsch... Der würde dich da holen Der würde dich 100 pro holen Ja, sagen wir doch Halt doch bitte die Klappe einfach Ja, du kannst doch auch mal auf uns hören Du musst nicht immer dein eigenes Ding machen Dass er weiß, dass du aus diesem Vent kommst Ist schon mal klar, dass er da rein zielen wird Damit hat er's deutlich einfacher als du Ist einfach nur eine Tatsache Trotzdem, Anton, du sollst mir nicht zulabern Ja, aber du kannst doch mal auf das hören, was wir machen Oder was wir dir sagen Das sind ja nur Tipps Ja, es sind Tipps, aber du musst mich da nicht die ganze Zeit damit zulabern Ich sag nur, was machst du und du machst nichts Und das ist das Problem Und wer läuft mal wieder laut? Der Basti Bot ist da Heaven ist einer Heaven einer Und einer ist auf Pommes drauf Einer ist auf Pommes drauf und guckt auf Tür Radio hinten ist da Radio hinter der Kiste ist nix Radio ist soweit frei Okay, soll ich mal Heaven von hinten aufräumen? War was Heaven? Ja, einer mindestens Heaven ist einer Geh hoch, Max Warte, Entschuldigung Alter Scheiße, Mann, Basti Leck mich am Arsch Was? Basti, ich fühle dich erschreckt gerade Ich hätte dich gerade fast abgeschossen Boah, nice Weil ich einfach überhaupt nicht mit dir gerichtet Oh, Bombe Nice Wollen wir mal über Segret gehen? Habt ihr die Waffen dafür? Jo Ich hab ne AK Ich hab ne M4 Ich hab ne Luftpumper Ja, dann haben wir ja die ultimativ geilen Waffen dafür Ey, auf das 2 hab ich ja mit 3 Leute geholt, ja Ja, auf das 2 hab ich mit der G3SG auch fast Hab ich auch mit ne Runde geholt, also Oh, guck mal, wir müssen nichts sagen und die gehen laut Die laufen hinter den 3 Führenden des Teams hinterher, ist doch klar Heaven Heaven, aber Warum gehst du auch hin? Bin durch, bin durch, bin durch, bin durch Achso, da oben Heaven Hockt immer noch da Die werden jetzt kommen Max, ich würde nach hinten gucken Ich hab die Bombe, das ist ganz schlecht Einer kommt Also ich komm an der Pro Rampe, guck rechts Einer von uns ist schon hell Hu hu hu, Max Ist dauernd, sehr schön Wo ist der Mann? Einer ist noch, äh, Dings Gib ihm, gib ihm Wo ist denn Dings, Basti Die Toxik Okay, jetzt mal halten Scht Scht Okay, don't Scht Ja, na, 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 na Jetzt Jetzt Und die haben's gewusst, die haben's gewusst Die haben an defused, ne Ne, die haben nicht an defused Doch haben sie die Die an defused Der Fall in den Ort von Kladder ist da scheiß dich Mann, die Kackabe, äh, leck mich Ach, fuck off Ich will gar nix gegen, weil die war hin, wieder Für mich Ja Gib ihm jetzt zu dir die G3SG Einer muss mich noch pushen, bitte bei Silo Ja, mach ich Okay Ja Ja Geh dein aufs Dach, ne Autoschnipste vorn win Outlooks free Jedenfalls bis ich in die große Halle geguckt hab, große Halle 2 Plexi Boah China Boah Alter ich wollte gerade sagen, WTF, ey Was kommt denn da runtergesprungen'll Ich wollte gerad fast wieder schießen Äußere Heaven Nein, scheiße äußere Helfen, aber... Ja, immer noch. Einer ist outside, einer ist outside. Einer ist secret, einer ist secret. Einer ist secret. Ich bin der Anton da. Jedenfalls wurde da der eine Typ abgeschossen. Hab ich gesehen. Pssst, sei leise. Machst du das jetzt sneaken? Kann der Junge nicht. Mit Shift machst du das übrigens, ne? Nicht mit Steuerung. Was? Steuerung? Ja, das geht auch. Oh ne, ich hätte nicht shiften sollen. Stark, Anton, erstmal. 53% live abgezogen. Wenn du jetzt Eier hast, gehst du den da oben holen. Wo sollen die sein, Anton? Äh, Max? Einer war Siegelt jedenfalls. Wahr. Ist nur wahr. Entweder holt er jetzt noch die 3. Oder jetzt kommt noch schnell die Bombe irgendwo hin. Könnte er helfen. Oh Mann! Heaven oben. Oben Heaven, Basti. Ja? Ja. Wer plantet er denn jetzt? Wo ist denn die Bombe? Bomb plant! Fucking shit! What the fuck are you doing? Läuft er zum Spawn zurück? Wie beinert kann man sein? Nein! ACF hat. Soll es der hier 53 Schadenpunkt erlitten durch den Herzboden. Sehr schön, Anton. So egal, Alter, ich hätte auch... Wie heißt der, wie heißt der? Nicht schießen, bitte. Wie heißt der? Weiß ich nicht, wer war denn das? Er hieß Schura, aber du kickst jetzt kick gar keinen. Was für die Bisten, Horst. Du Mistviech, Eider. Ja komm. Hat halt nicht die Eier dazu gehabt. Kann sein. Ist mir Rille, hat zwar genug Zeit, aber wenn man halt nen Loops ist, lass ihn doch. Ja, Arschrille ja heißen. Auf jeden Fall ist was auf Rampe. Hinten. Achso, da sind die anderen beiden Loops. Seid ihr wieder out gegangen? Einer Store. Wollen wir B gehen? Du verzieht B erstmal frei aus. Anton, wo bist du? Doch, down. Ja, du bist da, ok. Ich bin immer noch hier oben. Rampel sieht auch relativ frei aus. Helven frei, Helven frei, Helven frei. Wo blendet ihr? B. Einer ist oben. Wo denn? Da war ja Eingang, wo du zu Helven hochgehst. Läuft. Autosniper. Und zwar meine, bei Ram. Kommt jetzt links zum... Zum... Ja, wirklich jetzt. Scheiße. Was sie... Achso. Ich bin froh, ich bin froh. Die Diffusen, du Fisch! Nee, der hat einen Diffusen. Schieß doch! Ach! Was ist denn da noch von Horst? Alter! Wilde! Wie lange wollt ihr die Scheiße denn ausrichten? Kann ich was? Komm, du hast keinen Diffusen. Bitte hab keinen Diffusen. Guck ihm auf den Arsch, da siehst du es. Doch, der hat einen Diffusen. Mann. Wie Scheiße kann man denn sein? Wie lange hat er denn mir anvisiert, ey? Sorry, genau, sorry am Arsch. Nein, 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 sorry, alter. Schön und gut, wenn seine Maus im Arsch war, mag ich ja vielleicht verstehen, aber trotzdem. Hat er geschrieben? Nein Soll er doch wenigstens dazu sagen, dass er nicht hinkriegt Soll er sagen, wenigstens hat man seine Maus gesponnen hat, aber sorry ist für mich nichts, wenn er da nicht drauf schießt, tut mir dann leid Da hat er die Möglichkeit sicher gemacht Ramp Scheiße Voll in die Fresse bekommen Ich bin wieder Ramp Sehr schön Ach, der hat dich gekillt? Was? Der hat dich wirklich gekillt? Wo ist denn die Bombe jetzt? Basti, wo bleibst denn du? Basti hat die Bombe Mach der denn! Nee, was ist Quatsch, Basti ist bei A Geh zu A rein, Basti Nein, nein, nein Einer ist Heaven unten, Heaven unten One came from Heaven Er hat Auto-Sniper, ich hab's gesehen Ja, das ist wahrscheinlich immer noch meine Ich hab ihn angehitet, also er hat nicht mehr full life Trotzdem mit der Auto-Sniper ist er gut Ich Hä, wo sitzt denn unser Team-Mater? In der Ecke Ja, ja Alles Sehr schön Schick Ich guck Window Die Auto-Sniper Huh Jawoll Du wie siehst bei jedem Schuss an, oder? Egal wie nach der Fight es er wie sie dann Ja, egal, egal Da Ist doch Ist immer noch Heaven Heaven Sneak Mann, Sneak Sag ich doch, angeschossen Ja Weil, Anton, ja, Anton, du hast ja viel noch verhaftes bekommen, ne? Ice One, Basti, das war mal diesmal gut Ich geh jetzt outside Ich komm mit, hab ne AK, muss reichen Der Meister, 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 ganz wammos Mach's, guck mich an Und dann geht die Code zu So Es wird der Survector stehen, oder? Alter Warum? Weißt du, du bist ein Spast Warum? Er muss da einmal sein Alter Da brauchst du mich nicht messern Natürlich Jetzt hab ich weniger live Spast nicht hin Ich hab 84 Halle, zwei 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 sind Halle Ich hab mal AK-4 Einer da Okay, gut Oh, Radio Radio Nein, das war ich Loll! Da ist immer noch die Awe Die Awe ist immer noch in Halle Ich hab was laufen, ich hab was laufen, ich hab was laufen, das gefällt mir gar nicht Das ist Anton, glaub ich, für einen, oder? Ich bin tot Der Swag of Out Nein, das war nicht der Swag of Out Ja, aber der ist nicht gelaufen so schnell Ich hab zwar, war bestimmt nicht der, den ich hab laufen hören Ein ausgeglichenes Spiel Wollen wir mal bedenken, wir haben die ersten Einer ist Heaven oben Auf Heaven Direkt da Guckt runter von der Leiter aus Geh nicht in den Raum Guckt von oben runter, aha Oh man Links, 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 links Nicht links, nicht links Oh, da war einer noch, ne? Ja, und hinter dir war noch einer Guck, da ist der eine Wer hat sich jetzt nicht endlich meine Waffe genommen, Alter Doch Der ist nicht so rund tot, der ist tot Der ist tot Ja, das will ich nicht sehen Der ist so tot soll ich Nein, der ist tot Der ist tot Ich geh, äh, A Ich hab das Sprechstoff herangemacht, Max Burn Burn Wenn der einmal abtut, ist der tot, weißt du? Der knallt im Richtig hier rüber weg Burn 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 Ich geh auf A Ich geh auf A Sprengy Sprengy, stopy Wieder mal einer Heaven, mann, mit deiner scheiß Waffe, Basty, Mann! Das hat Sprengstoff dran Hinten, 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 hinten Ok, Star äh rechts 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 sehr schön war mir schon klar dass der da rechts steht da hinten jetzt einer steht bin ich am arsch äh nee die sind da bei garage also radio was 2 2 1 1 1 schacht jetzt plant nicht plant mal an planten nur kurz nur kurz e gedrückt halten der ist down ja ok der eine war radio was gesagt geh nicht toxik nein geh nicht toxik das ist ja nicht toxik sehr schön das war ja wirklich ich geh die bombe aufgehoben ich geh wieder zu b ich geh auf der ramp auch mit der luftpumpe ich hab doch gesagt ich kill ihn mit meiner waffe der 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 meine waffe hatte ja 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 ach hast du luftpumpe ich kann eigentlich silo gehen aber egal ich gucke nichts frei jawoll was ist das denn für ein opfer alter einer ist oben oben nimm ihn dir nie oh shit hinten 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 frag auf hinten da ist noch was für dich lass 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 einer war Wenz Heaven war einer Heaven wieder an diesem Singster Grenade komm bring's nicht übrigens Anton unten hinten war einer du musst hinten gucken und oh Gott Dildo hinter Dildo die beiden Snips hab da ist noch was guck mal einer war also ich hab einen ich kann nicht durch ich seh nichts seh nichts ich seh nichts ne da schießt mal einer den Wenz oder ich geh mal in den Wenz gut wie toxic toxic Ich bleib Toxic, ne? Ich geh Antitoxic rein und kontrollier Secret. Oh Gott, Rampe, eine, eine FP. Zwei! Und einer ist Schacht, Schacht, Schacht! Kann nicht wahr sein? Der ist not lit! Nein! Oh man! Okay, Toxic, die werden dich wiederholen. Bleib stehen einfach. Die werden, die werden gucken. Wie easy war das denn? 111 in zwei Treffer, na klar. Scheiß Kerbal. Alter, leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Leck, 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 leck mich am Arsch. Ich mach das einfach nur Luftpumpe, ist mir zu Wurst. Wieder eine AK, eine AK, eine AK. Oder ich mach mal die nächste Runde Ecke, damit ich was richtiges spielen kann. Wenn du mal was richtiges haben willst, kannst du mir auch mal Bescheid sagen. Könnt ich, anstatt meine scheiß AK zu kaufen, mir auch mal... Wirst du mit auf, äh, wirst du äh... Ich geh Silo, ja. Ja, okay, ich mach dir wieder eine Vorlade. Vorlade. Ich glaub, die beiden Leute, die anderen haben eine Schrotze beide. Kann nicht wahr sein. Ne, der eine hat eine SG. Wie soll man da raufkommen, anscheinend hier so, ne? Dass du hier so rauf gehst, Anton? Auf die Rohre, ja genau. Und dann musst du deinen Maus immer hin und her wackeln. Damit springst du nämlich weiter. Aber egal, lass einfach. Fast hätt ich's geschafft, fast hätt ich's grad geschafft. Ich hab grad den Erfolg Scharfschützenjäger gekriegt, hundertmal einen Sniper ab. Nein. Mal helft. Mal helft. Ich geh ja hier drüben. Was du zeigst dir mal kurz, ja? Oh shit. Oh shit. Oh shit. Du gehst hier rauf. Und machst... Ja, ich weiß, ich hab's grad gemacht, ey. Komm noch mal mit, komm noch mal mit. Warte, ich hab genau hin, ich will da wieder rauf. Ey, Freunde, Bombe liegt dauernd bei Ramp, ne? Ey, wir haben noch die Bombe. Ja. Achso, ne. Ihr habt nicht die Bombe. Also... Ist nur ein Tipp. Ist wirklich nur... Einer hat Wenz aufgeschossen. Geh du Rampe, ich gewinn's. Scheiße. Oh pfff. Die war ja geil. Alter, die war mega geil, ne? Wo ist die hin? Die ist runter. Richtig geil runter. Geh durch den anderen durch. Geh durch die anderen. Es lag. Mann, immer dieses Kacklecks. Einer ist auf Rampe. Rechts. Kommt jetzt... Ist jetzt auf On-Spot. Also ist jetzt reingelaufen. Ja, gut. Sneak am besten. Die hören dich wie Scheiße, Basti. Mach mit Schiff, verdammte Kacke. Nicht mit C. Das ist doch vollkommen Banane. Jetzt gewinnt ihr nicht wieder, weil wir die Bombe nicht kriegen. Mit deinem Bombe kriegen, Alter. Ja! Man gewinnt die Runde nur auch dadurch, dass man die Bombe kriegt. Leute, du wirst ja die Fresse halten jetzt. Jetzt, Ante, hättest du den gekillt, dann hätten wir jetzt die Runde gewonnen, weißt du? Aber, nee. War ja nicht möglich. Ja, ich hab ja versucht, die Bombe zu holen. Ja. Ich bin gestorben mit der Bombe, weil ich zu und zwei gekillt hatte. Ich hab ja nicht gesagt, dass du nichts gemacht hast. Ich hab nur gesagt, dass man sich beeilen müsste, wenn man sieht, dass um die Zeit ausgeht, dass man die Bombe langsam holen sollte. Mit deinem Bombe holen? Ja, man gewinnt die Runde auch mit Bombe, äh, wenn man die Bombe plantet. Ja. Und wenn's 20 Sekunden sind und noch drei leben. Ja, wenn man 20 Sekunden noch hat und drei leben, dann kann man doch vergessen, dass man die drei noch tötet. Ja, aber du kannst auch vergessen, wenn noch drei leben, alle drei die Bombe kämpfen, dass du die Bombe noch holst und ohne irgendwie einen zu töten plantest. Aber eigentlich ist klar, dass du sowieso stirbst, deswegen ist es voll bewusst, ob du Bombe holst oder alle versuchen zu töten. Eigentlich ist klar, dass du sowieso stirbst, da geht der Optimist dran. Ja. Ja, ja. Also hinter uns nächstes. Unten bestimmt was. Wenn der es weg jetzt geht, dann weiß ich woher. Einer ist Heaven. Mann ey fuck ey! Ich kann mich nicht mehr bewegen, ey. Mischstück. Zwei. Zwei. Der ist wieder zurück zu Heaven, der ist jetzt outside gegangen. Warte, 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 warte. Der guckt, der kommt, der kommt, der kommt. Er hat die Waffe gewechselt. Warte, Max. Hat dich gesaved. Ich muss so fallen. Du weißt dir so alles ob... Pläntel. Lass unten gehen. Geh runter, ja. Unten nur ein Pläntel. Da einer von euch ist Schacht. Schacht, Mann! Einer von euch. Ja. Hinten, hinter dir was... Okay, los die... Rechter Schacht... Rechter Wend ist schon vergeben. Leg die Bombe. Das ist der Typ über dir, glaube ich. Leg, 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 komm. Gimmi. Jetzt ist mir aufgefallen, dass ihr immer denselben Code eingibt. Ja, klar. Naja. Oh, ich seh... Oh, Mann! Was war das denn? Sorry, ich hab... Oh, Wends. Wends. Sorry. Meine Hand ist gerade von meiner Maus gerutscht. Das kann nicht wahr sein. Sorry. Sie hat ja nicht mitgekriegt. Ich hab ihn ja gesehen. Meine Hand ist nur von einer Maus gerutscht. Nein! Nein, nicht du! Ich mein gerade den anderen Typen, ey. Alter, Vater, ey. Warte, ich geh wieder Silo, ja? Kommst du mit? Ja, warte. Ich push dich wieder, ne? Ja. Ist meine Maus schon wieder ausgegangen. Das kann doch nicht wahr sein. Oh, fuck, meine Pink. Ich glaub, ich hol mir mal Sicherheit. Jetzt hab ich gleich ne neue Batterie. Obwohl, scheiß mal auf die Batterie. Ja, nach dem Game kannst du sie ja holen. Fuck. Jetzt ist sie schon wieder ausgegangen. Werd gleich bescheuert. Wenn mich jetzt meine Batterie endgültig verlässt, dann werde ich zum Arschrampen. Alter, wollen die mich jetzt alle bedodieren oder was? Jetzt ist sie wieder ausgegangen. Das kann nicht wahr sein. Einer ist bei Outside Heaven. Das war der Bot. Das war nicht der Bot. Nein, da kam auch noch der Bot. Das ist ja noch ein anderer. Auf Shift kann ich nicht runter gehen. Nicht runter. Leise latschen. Ja, das geht bei mir auf Shift nicht. Das bin mir auf Steuerung. What the fuck? Nee, da hieß du dich ja hin bei ihm. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Das kann nicht wahr sein. Werd gleich bescheuert. Kann nicht wahr sein. Hol die Bombe. Die ist oben auf Silo, die Bombe. Aber ich bringe mir im Team gerade absolut nichts. Oder ist die runter gefallen? Ich glaube, die ist runter gefallen. Habe ich nicht hier. Da ist noch eine Batterie. Komm, bitte sag, dass du noch funktionierst. Nee, die Bombe liegt auf Silo. Nee, da liegt sie. Nein. Der letzte ist da links. Links, links, links. Geh zurück, geh zurück. Oh, ich weiß, dass du funktionieren willst. Komm schon. Komm schon. Ich weiß, dass du funktionieren willst. Oh, nee. Kann mir einer was kaufen? Ich hab nichts. Ich hab 2600. Ey, wir haben alle genau dasselbe Geld, ne? Komm, vollpumpen bis zum geht nicht mehr. Blendgranate, Ködergranate, P90. Ich hab um P. Gott, was geht noch. Ja, dann gehen wir jetzt auf A. Direkt auf A. Von Radio aus. Nee, lass uns Secret machen. Secret. Quatsch. Wir gehen ja nicht mit solchen Waffen auf Outside. Aber gegen Heaven wollen wir ankommen, oder was? Mit den Waffen. Ja, das kriegt man oder hier ist hin. Ja, Heaven ist einer. Ist der zu doof, um zu springen, oder was? Mit Steuerung springen? Oh! Mit Steuerung springen? Ey, ist der zu blöd, um auf mich raufzuspringen? Ist der wirklich? Nee. Kein Bock drauf. Wie gesagt, einer, wenn es nicht Heaven. Geh doch bei dir selber deine Mutter hin, wenn das nicht kackt. Ja, da sind sogar zwei auf Heaven. Holst du dir? Ja. Ich plant bei A. Oh Gott, hier sind beide Heaven. Und einer ist, ja, die sind bei Rampel. Einer ist Heaven hochgegangen. Zwei. Zwei sind Heaven hoch. Sehr schön, Wasti, sehr schön. Warte, der andere ist ja noch, ne? Einer ist mindestens noch Heaven, sehr schön. Der ist down. Und der Einer ist auch noch outside, ist glaub ich outside gegangen. Kommt glaub ich, ich glaub der kommt vom Radio, der kommt vom ist oder doch. Ihr habt eigentlich alle Überblicke in der Sicht. Fuck, ist schon Runde 30 von 30, wenn wir die gewinnen, ist unentschieden. Kommt Leute, bitte. Der sieht sehr gut aus aktuell. Aber die rennen die ganze Zeit, wo sind denn die out? Kannst du schon vergessen. Ja. Kannst du vergessen. Cool, wir haben uns unentschieden. Wo liegt die Bombe? Ist doch egal. Huiiii. Ja, sowohl. Unentschieden. Immerhin besser als beim letzten Mal, muss man sagen. Nice. Man kriegt leider keinen. Guck mal, 88 Punkte. Max 73, 17 KD und du 34, 19 KD. Krasse Kacke. So, mal gucken, ob ich beim nächsten Mal den Fluch des Aufnehmenden brechen kann. Auf mich schaltet ihr dann auch wieder ein, liebe Freunde. Wir bedanken uns für's Zuschauen und wir sind uns bei der nächsten Drogen. Runde von Let's Play Counter-Strike Globale Offensive. Und jo, bis denne.